Mein Büro gilt nicht umsonst als der sicherste Ort der Welt. Runter! Wer schief geht, wird schief angeschaut, nicht wahr? Schief, Inspektor? Überraschung! Sie müssen einfach nur an sich selbst glauben. Dann können Sie die ganze Welt erobern. Sie könnten mir helfen. Eben sind hier drei Nonnen-Spurlos verschwunden. Tut mir leid, ich habe selbst alle Hände voll zu tun. Sie trugen Pumps und Strapsel. Sie haben recht, wir müssen sie finden. Er sollte mir nicht etwas zu leide tun wollen. Doch, das mit einem so wunderschönen Tag. Ich glaube, ich werde unmächtig. Halten Sie mich wirklich für einen alten, senilen Trottler? Natürlich! Wer auch immer der neue Wichser ist, er meint es verdammt ernst. Na, wenn das so ist, dann mache ich uns erstmal einen schönen Kaffee. Willi! 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 Vielen Dank.